Wenn wir schon darüber reden und ich bin froh, dass wir es tun, sollt ihr wissen, dass ihr, wenn ihr mich als Troll, Frankenstein oder Kellerassel bezeichnet, meine Gefühle verletzt. Was? Ist nicht wahr. Hätten wir uns nie träumen lassen. Seit wann haben Gnome Gefühle? Seht ihr, genau davon rede ich, weil... Wir sind weg, wir sind pächtig, unsere Schwarte, die ist pächtig. Tut mir leid, Freunde. Dieser Bewegung muss ich mich anschließen. Ich hab gelernt, dass es was Wichtigeres gibt, als zu saufen. Fressen. Dankeschön für die günstige Finanzierung. Was zu... Ihr Laden redet jungen Menschen einen Idealkörper ein, der unerreichbar ist. Ich sage Schluss mit dem Dünnsinn. Sie, meine Freund, liegen falsch. Jedes Mädchen sollte aussehen wie eine sexy Gottesanbeterin aus Mailand, mit Hüften, die dünner sind als eine Mehrheit im italienischen Parlament. So, Freunde, die Show ist vorbei. Hier gibt es nichts zu essen. Also bewegt euch, wenn ihr könnt. Wenn nicht, dann müssen wir euch mitnehmen. Clancy, was machst du? Du bist doch einer von uns. Du hast recht. Verhafte mich, Lou. Au, ach. Hey, warum... Herrgott, das scheint dir ziemlich Spaß zu machen, Lou. Mach nur meinen Job, Chief. Gekonnter Theseeinsatz, Lou. 您. Erg. Schuss. Schuss. Das war's für heute.